Hi zusammen, hier ist Mico, hier ist Pavel, hier ist die Katze und wir haben wieder was ganz Tolles für euch und zwar Farbparmonien für Luminar Neo. Bleibt dran! Katze hat großes Interesse an Michos Mikrofon, sie hat das Kabel entdeckt und lässt nicht locker, aber gut, so sind halt die Katzen, die an Hightech gewöhnt sind. Das ist übrigens nicht unsere Katze, Leihkatze, die ist ab und zu mal hier, damit sie zu Hause sich nicht langweilt und ja, sie assistiert uns bei unserem Videodreh sehr gerne. Assistiert, ja. Assistiert, ja, kaum Schätzchen. Ja, aber jetzt zur Sache. Keilum hat jetzt im Herbst ein Update für Luminar Neo gemacht und jetzt könnte die Farben von einem Bild auf das andere übertragen. Ja, ja, also das ist natürlich eine ganz gute Geschichte, weil ihr guckt selbst Serien, ihr guckt selbst Filme und ihr sagt wahrscheinlich oft, ach, was für ein toller Farblook ist in diesem Film oder in dieser Serie und ihr könnt natürlich diesen Farblook auch auf eure Bilder übertragen. Ja, und das ist wirklich sehr schön. Wir haben sowas schon für Photoshop schon lange gehabt und auch ein Produkt dazu gemacht, Farbharmonien für Photoshop und jetzt geht das auch für Luminar Neo. Das ist natürlich eine ganz große Freude, weil nicht alle arbeiten mit Photoshop und viele arbeiten nur mit Luminar Neo und das ist natürlich keine Sünde. Man kann mit Luminar Neo sehr gut Bilder bearbeiten und das ist das, was eigentlich jetzt gefällt hat, ja? Ja, meine Vermutung oder mein Gefühl, das war jetzt nicht das wesentliche Highlight des großen Herbst-Updates. Es gab zum Beispiel endlich die Maskierung basierender Farben, wobei da ist noch Luft nach oben, virtuelle Kopien etc. Also wer da Interesse hat, es gibt wahrscheinlich genug Videos auf YouTube über das große Herbst-Update, das Demo-Bombing, aber dieses Thema Farbübertragung, was in Luminar Neo jetzt neu drin ist, das war so, ah ja, ist lustig, ist interessant und, oh ja, halt, da sind Screenshots oder Auszüge von Kinofilmen und jetzt kann man das aussehen lassen wie in einem Kinofilm. Das ist nett, aber das ist... Aber weißt du, ich glaube, die meisten machen das nicht. Das ist nur mal ausprobiert, ja, das ist natürlich sehr schön, aber das war es dann auch. Ganz genau, ganz genau und eigentlich, eigentlich, hinter dem Thema steckt noch sehr viel mehr. Ich weiß nicht, ob es so angedacht war, aber wir haben in diesem Thema viel mehr gesehen, weil, ja, ihr könnt ja euch jetzt natürlich hinsetzen und aus euren 80.000 Lieblingsfilmen immer einen Screenshot machen und dann gucken, dass man diese Farbe überträgt. Aber was heißt das? Ihr versteht ja gar nicht, was da passiert. Gut, wir haben den Code auch nicht geschrieben. Im Prinzip geht es darum, eine Stimmung zu transportieren, also diesen Look. Das ist so wie, ja, eigentlich wie ein Preset. Man ballert das drauf und hat aber gar nicht verstanden, was da passiert. Uns ist viel wichtiger, dass ihr die Farbenlehre dahinter versteht und bewusst euch für bestimmte Farbkombinationen entscheidet und diese als Werkzeug auf eure Fotos übertragt. Und das ist jetzt kein Anfängerlevel. Farbenlehre, Farbharmonie, das ist schon etwas für fortgeschrittene Fotografen, aber wir machen es so, dass es für euch so einfach wie möglich wird. Wir zeigen euch in dem neuen Paket einen kleinen Einblick in die Farbenlehre. Ist wirklich nicht so schwer. Klingt am Anfang ein bisschen esoterisch, aber ist es nicht. Dann haben wir diese 173 Farbkacheln. Wir haben unsere eigenen Bilder genommen. Aus diesen 173, nee, eigentlich fast mehr, Bildern harmonische Farbsets. Also eine Kombination von fünf oder zehn Farben, die in sich nach Farbenlehre harmonisch sind, wo sich nichts beißt, wo man nicht draufguckt und sagt, irgendwas stimmt da nicht. Und die könnt ihr in Luminar Neo importieren und dann wirklich wie aus dem Katalog auswählen und auf eure Farben übertragen. Und dann, wie gesagt, erklären wir euch, ihr nehmt irgendein Bild oder eins von Freunden, Bekannten, könnt schauen, passen da irgendwelche Farben nicht. Dann wisst ihr, was ihr korrigieren müsst. Oder ihr sagt, oh, ich habe da was gesehen, was schön war. Ihr nehmt die Farbkombination von diesem Bild, erzeugt eine neue Farbkachel und übertragt die dann auf eure Bilder. Also wirklich statt Spiel, Spaß, Spannung. Und in anderen YouTube-Videos habe ich es gesehen, da wurde das so genannt Hit or Miss. Also nach dem Motto, man probiert es aus und manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Wir wollen dieses reine Spaßpaket, ohne zu verstehen, warum, weshalb, das wollen wir nicht. Wir wollen euch einen Werkzeugkasten an die Hand geben, wo ihr auch wisst, warum. Und euch darüber hinaus trainieren, dass ihr sogar weitergehen könnt. Und das sind die Farbharmonien für Luminar Neo. Ganz wichtig, wer das Paket schon hat für Photoshop von uns, der braucht das neue Paket nicht erwerben, wenn er auch Luminar hat, weil die Farbkacheln, die wir in Photoshop haben, die funktionieren auch in Luminar Neo. Dieses Paket ist speziell für diejenigen, die kein Photoshop nutzen. Das hat sich im Mikrofon gepierst. Ey! Also so war sie noch nicht drauf. Aufhören, 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 aufhören. Also. Ich möchte dazu noch was sagen. Also viele von euch gucken auf Instagram-Forders und denken, wie geil ist das denn? Das ist so ein ganz spezieller Look, aber ich verstehe das nicht ganz. Das ist, weil die Farblehre-Informationen, beziehungsweise Kenntnisse von Farblehre euch vielleicht ein bisschen fehlen. Und deshalb ist große Hilfe an euch jetzt diese Farbharmonien für Luminar, damit ihr das versteht und damit ihr das auch an eure Bilder anwenden könnt. Wollen wir jetzt was zeigen, ja? Let's go! Let's go! Viel Spaß dabei! Okay, schauen wir uns an, was die Farbharmonien für Luminar Neo so auf dem Kasten haben. Wir haben hier bereits die Beispielbilder, die mit dem Paket kommen, importiert und natürlich auch die Farbkacheln. Die Farbkacheln haben wir basierend auf unseren eigenen Bildern, die wir auf Social Media veröffentlicht haben, erstellt und im Hinblick auf Farbenlehre, Farbtheorie, Farbharmonien überprüft und dann so zusammengestellt, dass es für Luminar Neo funktioniert. Sinn und Zweck ist, dass man in bereits bearbeiteten Bildern zum Beispiel harmonische Farbvarianten erzeugt oder bei einem RAW-Bild die Bearbeitung beschleunigt und dabei gleichzeitig auch Farben verändert oder korrigiert, um fehlerhafte Farben bzw. nicht passende Farben zu eliminieren. Die Anwendung ist super einfach und macht Spaß. Beginnen wir mit einem Bild, was wir schon vor Urzeiten bearbeitet haben und auch auf Social Media veröffentlicht haben, der Yosemite National Park. Gehen wir auf Bearbeiten und die Farbharmonien befinden sich in der Sektion Kreativ im Panel Farbübertragung, verfügbar seit dem Herbstupdate von Luminar Neo. Hier haben wir eine recht sommerliche Stimmung, sehr dramatischer Himmel. Farben sind hier und da ein bisschen bleich, aber links haben wir mehr Gelb, rechts mehr Orange und wer sagt, dass das Grün zu diesen beiden Farben passt? Gemäß Farbenlehre. Die meisten machen das ja nach Bauchgefühl, aber jetzt können wir hier die Farbharmonien drüber legen. Wichtig, Farbharmonien gehen immer nach dem Farbton. Ich kann immer noch die Helligkeit oder die Sättigung einer Farbe anpassen, ohne die Farbharmonie als solches zu zerstören. Und die Farbharmonien limitieren auch in keinster Weise die weiteren Bearbeitungsmöglichkeiten in Luminar Neo. Ich kann immer noch alles machen. Es ist ein zusätzliches Werkzeug. Was wir empfehlen, grundsätzlich, um maximale Flexibilität zu haben, wir gehen nach links und duplizieren die Ebene. Und auf der Dublette, dort machen wir die Farbanfassung mit den Harmonien, weil ich kann hier für diese Ebene mit all dem, was wir hier tun, mit allen Effekten, dann nochmal die Deckkraft reduzieren, reduzieren bzw. so einstellen, wie ich das brauche. Also gehen wir jetzt runter zu Kreativ und zur Farbübertragung. Ich hätte jetzt hier gerne etwas Kälteres, etwas, das die Blautöne mehr pusht und das Orange favorisiert, weniger das Gelb, was wir auf der linken Seite haben. Es gibt natürlich immer mehrere Möglichkeiten. Ich zeige jetzt mal eine. Ich mache das jetzt auf und wir suchen eine Farbkachel aus den 173 aus. Zum Beispiel diese hier. Keine Angst, im ersten Moment sieht das immer sehr milchig aus, hängt aber mit den Reglern von Luminar Neo zusammen. Klicken wir jetzt hier auf die Miniatur. Wir haben die Menge und die Farbintensität, die wir einstellen können. Das ist relativ selbsterklärend. Aber Achtung, Leuchtkraftintensität. Ich setze es mal nach links. Da haben wir dann einen etwas kontrastreicheren Look. Und wenn ich das nach rechts ziehe, wird das etwas verwaschener. Dafür aber mehr von der Farbe. Diese Farboptik gefällt mir sehr gut. Und die nächsten beiden Regler, die dienen dazu, dass wir keine Farbabrisse im Bild zu sehen bekommen. Das heißt, ich gehe nach links und dann sieht man hier Kanten. Und wenn ich weiter nach rechts gehe, dann sind diese Kanten verschwunden. Und Farbglättung analog. Nach links mehr Kontrast. Nach rechts weniger Kontrast und weicher. Also ich setze das jetzt mal so. Aber in Summe, es ist normal, es geht immer ein kleines bisschen Kontrast verloren bei der Farbanpassung. Aber ich kann jetzt hier am Schluss immer noch sagen, okay, die Menge, wie viel wollen wir, nehmen wir das. Farbintensität ist auf Maximum. Das Einzige, was ich jetzt am Schluss noch machen muss, ich mache das zu. Dann gehen wir hoch, zu entwickeln. Erhöhen den intelligenten Kontrast ein kleines bisschen. Machen es zu. Gehen zu verstärken. Akzente nach oben. Und das war's. Und so sieht das aus. Wenn ich möchte, kann ich am Schluss immer noch hier die Gesamtdeckkraft dieser Ebene einstellen, so wie ich das brauche. Schaut euch den Vor-Nachher-Vergleich an. Vorher sommerlich und hier herbstlich dramatisch. Um ganz ehrlich zu sein, mir gefällt diese Version am besten. Noch ein Beispiel. Hier haben wir jetzt zwei Pferde auf der Weide, beziehungsweise in der freien Natur. Schönes Bild. Achtung, dieses Bild ist Raw. Keine Bearbeitung ist Erfolg. Nichts. Und wir werden uns einfach nur die Farbharmonien anwenden und die Kontraste nachziehen. Das war's und schauen, was rauskommt. Ich gehe auf Bearbeiten. Wir legen erst mal eine Dublette von der Ebene an. Und hierfür gehen wir jetzt in Kreativfarbübertragung. Bei diesem Bild hätte ich gerne etwas mehr sommerlichen Touch. Kalte Farbtöne rausnehmen, eliminieren. Dafür die warmen Farbtöne verstärken. Gehen wir auf Referenzauswahl. Und ich nehme jetzt etwas, was rot, orange, gelb pusht. Zum Beispiel das hier. Das sieht jetzt natürlich gruselig aus, aber keine Angst, weil wir können die Menge anpassen und auch die Farbintensität. Leuchtkraftintensität muss nach unten. Und der Rest passt. Wir müssen jetzt nur noch zu Entwickeln gehen. Intelligenter Kontrast nach oben. Ich würde die Schatten vielleicht ein kleines bisschen nach oben ziehen. Ist ja eine Raw-Aufnahme. Dann gehen wir zu Verstärken. Es ist immer das Gleiche. Akzent nach oben. Voila. Und wir haben unser finales Bild. Wir können bei den ebenen Eigenschaften die Gesamtdeckkraft von allem, was wir gemacht haben, entsprechend stufenlos anpassen. Und so sieht das aus. Schaut euch den Vorher-Nachher-Vergleich an. Vorher, gut, nett, aber das hier ist freundlicher und wir haben die kalten Blautöne im Himmel mit einem Mausklick eliminiert. Also, vorher, nachher. Letztes Beispiel und das ist etwas abgefahrener. Dieses Bild wurde in Japan aufgenommen. Bambuswald, es ist jetzt nicht wirklich das schönste Bild, aber es ist ein gutes Bild, um zu zeigen, was man machen kann. Wir haben hier ein paar grüne Blätter oder Büsche oder Moos auf dem Boden und eigentlich so Rinde oder rotes Laub, wie auch immer. Auf jeden Fall, man sieht, bedingt durch die gegenlichte Situation eigentlich gar keine Farben und das können wir korrigieren. Legen wir erstmal alles auf eine neue Ebene, eben duplizieren und dann gehen wir hin und sagen Farbeübertragung, Referenzauswahl. Ich nehme jetzt etwas, was grün-rot ist, weil das ist genau das, was ich brauche. Oben mehr grün, unten möchte ich es rötlich haben und nicht grau. Nehmen wir mal einfach das hier. Auch das ist extrem, ich weiß, aber ist schnell korrigiert. Leuchtkraftintensität fast ganz nach unten. Dann gehen wir hin, Farbintensität runter. Menge auch. Das kann man hier entsprechend einstellen, wie man es braucht. Und jetzt, Achtung, wir haben hier diese Büsche und das Moos. Das sind kleine Pixel, die eigentlich grün sein müssten. Wenn wir die Übergangsklättung etwas reduzieren, schaut mal. Dann sehe ich selbst hier bei den einzelnen Blättern am Boden und hier wirklich knallgrüne Stellen. Das ist fast, fast pixelgenau. Klar, ich kann die Farbintensität noch ein bisschen mehr anpassen. Die Menge vielleicht dafür etwas nach oben. Aber das ist jetzt Bauchgefühl. Und dann klassischer Workflow. Wir gehen hoch, entwickeln intelligenter Kontrast nach oben. Die Schatten vielleicht ein bisschen auffällen, damit man ein bisschen mehr sieht. Und dann bei Verstärken auch ein klein wenig nach oben. Und das war's. Wie gesagt, ich kann hier immer noch Sättigung und Helligkeit von bestimmten Farben entsprechend anpassen, wenn mir etwas zu stark ist. Oder jetzt in diesem Fall gehen wir hin und ziehen die Gesamtdeckkraft einfach ein wenig nach links. Vorher, nachher Vergleich. Wie gesagt, hier, man sieht grüne Stellen, wo vorher einfach nur grau war. Achtung. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Ein herrliches Beispiel, wie man quasi durch die Hintertür über so eine Farbkachel im Bild etwas Neues erschaffen kann. Und so funktionieren unsere Farbharmonien für Luminar Neo. Ihr habt gesehen, das ist gar nicht so schwer. Und mit unseren Farbharmonien für Luminar geht das natürlich noch besser. Weil wir haben das Beste gegeben. Wir haben diese Farbkacheln aus unseren besten Bildern extrahiert und euch jetzt quasi als Werkzeugkasten gegeben. Und jetzt könnt ihr richtig loslegen und eure Bilder so trimmen, dass alle in Ohnmacht fallen. Sogar die Katzen, ja. Und die Handhabung auch mit dieser Vorschau ist wirklich schön gemacht. Und mit diesem Werkzeugkasten für mich, die Farbübertragung ist quasi eines der vielleicht bedeutendsten Features in dem ganzen Herbstupdate, was jetzt bei Luminar Neo rausgekommen ist. Und falls jemand, basierend auf diesem Video, es soll ja vorkommen, sagt, oh, ich möchte mal Luminar Neo ausprobieren. Link zum aktuellen Sonderpreis ist unter dem Video und zu dem Paket natürlich auch. Und wer Platin-Kanal-Mitglied bei uns sein sollte, Rabattcode für das Paket nicht vergessen. Weiß. Okay. Dann habt viel Spaß. Schaut andere Videos auf unserem YouTube-Kanal. Vergesst nicht, ein Like zu geben, Kanalmitglied zu werden. Wenn ihr irgendwas kauft, nutzt bitte unsere Affiliate-Links, damit wir Katzenfutter kaufen können. Und habt einfach Spaß beim Fotografieren. In dem Sinne, fotografiert fleißig, bearbeitet eure Bilder noch besser, grüßt Oma, grüßt Opa und trinkt darüber nach. Ciao.